Schmerzen ade durch einen gesunden und guten Schlaf Vorab ein kleiner Tipp. Sie suchen noch nach einer besonderen Idee für einen besonderen Menschen? Wäre es denn dann mit einem Gutschein für gesunden Schlaf für Ihre Lieben zu Weihnachten? Rückenschmerzen zählen auch im 21. Jahrhundert zu den größten Volkskrankheiten. Unabhängig von Alter, Bevölkerungsschicht oder Berufsgruppe, Rückenschmerzen können jeden treffen. Eine Umfrage der Aktion Gesunder Rücken zufolge geben 70% von 1000 Befragten an, mindestens einmal im Monat unter Rückenschmerzen zu leiden. Rund zwei Drittel fühlen sich durch Ihre Schmerzen in der Lebensqualität eingeschränkt. Wie schlafen Sie? Schlaf ist die wichtigste Regenerationsphase für Körper und Geist und die perfekte Basis für ein gesundes und bewegtes Leben. Wie man sich bettet, so liegt man. Nachhaltig gesund mit einem Komplettsystem von Relax. Nutzen Sie die Vorteile des Relax 2000 Bettsystems in Zirbel als Set, Naturlatex-Matratze, Zirbenauflage und Zirbenkissen. Bei uns gibt es für Sie umfassende Möglichkeiten. Finden Sie eine große Auswahl an Bettsystemen, Kissen, Matratzen und vielem mehr. Kernstück des Relax 2000 ist das innovative Tellersystem mit seinen einzigartigen Spezialpferderkörpern, von denen sich jeder einzelne Perfekt der Schlafposition, den Bewegungen und der Körperform anpasst. Dank dieser optimalen Ergonomie wird die Wirbelsäule perfekt entlastet, auch Schulter-, Nacken- und Beckenbereich sowie die Bandscheiben werden entspannt. So schläft man mit einem Relax 2000 quasi wie auf Wolken. Interesse? Dann nutzen Sie die Zirben-Aktionswochen vom 19. November bis zum 10. Dezember 2022. Profitieren Sie von dieser tollen Aktion und nutzen Sie den Gutschein im Wert von 150 Euro. Vereinbaren Sie einfach Ihren persönlichen Termin bei uns. Ihre Wohn- und Schlafberatung Markus Kapp finden Sie in der Schlossstraße 24 in 64 668 Rimbach. Telefonisch erreichen Sie uns ebenso wie per E-Mail. Und es lohnt sich immer auf unserer Internetseite unter www.relax2000.de zu schmökern.